Mark Twain Die Schrecken der deutschen Sprache In dieser Rede, die Mark Twain am 21. November 1897 vor dem Presseclub in Wien gehalten hat, macht Mark Twain einige ironische Vorschläge zur Verbesserung und Vereinfachung der deutschen Sprache. Er macht sich auch ein wenig über die deutsche Sprache lustig, aber man merkt, er liebt sie, und er spricht und schreibt hervorragend. Es hat mich tief gerührt, meine Herren, hier so gastfreundlich empfangen zu werden, von Kollegen aus meinem eigenen Berufe, in diesem von meiner eigenen Heimat so weit entfernten Lande. Mein Herz ist voller Dankbarkeit, aber meine Armut an deutschen Worten zwingt mich zu großer Sparsamkeit des Ausdrucks. Entschuldigen Sie, meine Herren, daß ich verlese, was ich Ihnen sagen will. Er las aber tatsächlich nicht. Die deutsche Sprache spreche ich nicht gut, doch haben mehrere Sachverständige mir versichert, daß ich sie schreibe wie ein Engel. Mag sein, ich weiß es nicht, habe bis jetzt keine Bekanntschaften mit Engeln gehabt. Das kommt später, wenn's dem lieben Gott gefällt, es hat keine Eile. Seit langem, meine Herren, habe ich die leidenschaftliche Sehnsucht gehegt, eine Rede auf Deutsch zu halten, aber man hat mir's nie erlauben wollen. Leute, die kein Gefühl für die Kunst hatten, legten mir immer Hindernisse in den Weg und vereitelten meinen Wunsch, zu weilen durch Vorwände, heufig durch Gewalt. Immer sagten diese Leute zu mir, »Schweigen Sie, Euer Hochwohlgeboren! Ruhe, um Gottes Willen! Suche eine andere Art und Weise, Dich lästig zu machen!« Im jetzigen Fall, wie gewöhnlich, ist es mir schwierig geworden, mir die Erlaubnis zu verschaffen. Das Komitee bedauerte sehr, aber es konnte mir die Erlaubnis nicht bewilligen, wegen eines Gesetzes, das von der Concordia verlangt, sie solle die deutsche Sprache schützen. »Du liebe Zeit! Wieso hätte man mir das sagen können, mögen, dürfen, sollen? Ich bin ja der treueste Freund der deutschen Sprache, und nicht nur jetzt, sondern von lange her, ja, vor zwanzig Jahren schon, und nie habe ich das Verlangen gehabt, der edlen Sprache zu schaden, im Gegenteil, nur gewünscht, sie zu verbessern. Ich wollte sie bloß reformieren. Das ist der Traum meines Lebens gewesen. Ich habe schon Besuche bei den verschiedenen deutschen Regierungen abgestattet und um Kontakt gebeten. Ich bin jetzt nach Österreich in demselben Auftrag gekommen. Ich würde nur einige Änderungen anstreben. Ich würde bloß die Sprachmethode, die üppige, weitschweifige Konstruktion, zusammenrücken, der ewige Parenthese unterdrücken, abschaffen, vernichten. Die Einführung von mehr als dreizehn Subjekten in einem Satz verbieten. Das Zeitwort, so weit nach vorn rücken, bis man es ohne Fernrohr entdecken kann. Mit einem Wort, meine Herren, ich möchte Ihre geliebte Sprache vereinfachen, auf das, meine Herren, wenn Sie sie zum Gebet brauchen, man sie eben dort versteht. Ich flehe Sie an, sich von mir beraten zu lassen. Führen Sie diese erwähnten Reformen aus. Dann werden Sie eine prachtvolle Sprache besitzen, und nachher, wenn Sie etwas sagen wollen, werden Sie wenigstens selber verstehen, was Sie gesagt haben. Aber öfters heutzutage, wenn Sie einen meilenlangen Satz von sich gegeben und Sie sich etwas angelehnt haben, um auszuruhen, dann müssen Sie eine rührende Neugierde empfinden, selbst herauszubringen, was Sie eigentlich gesprochen haben. Vor mehreren Tagen hat der Korrespondent einer hiesigen Zeitung einen Satz zustande gebracht, welcher hundertundzwölf Worte enthielt, und darin waren sieben Paranthese eingeschachtelt, und es wurde das Subjekt siebenmal gewechselt. Denken Sie nur, mein Herren, im Laufe der Reise eines einzigen Satzes muß das arme, verfolgte, ermüdete Subjekt siebenmal umsteigen. Nun, wenn wir die erwähnten Reformen ausführen, wird's nicht mehr so arg sein. Doch noch eins, ich möchte gern das trennbare Zeitwort auch ein bißchen reformieren. Ich möchte niemanden thun lassen, was Schiller getan. Der hat die ganze Geschichte des Dreißigjährigen Krieges zwischen zwei Glieder eines trennbaren Zeitwortes eingezwängt. Das hat sogar Deutschland selbst empört, und man hat Schiller die Erlaubnis verweigert, die Geschichte des Hundertjährigen Krieges zu verfassen. Gott sei's gedankt! Nachdem alle diese Reformen fertiggestellt sein werden, wird die deutsche Sprache die edelste und die schönste auf der Welt sein. Da Ihnen jetzt, meine Herren, der Charakter meiner Mission bekannt ist, bitte ich Sie, so freundlich zu sein und mir wertvolle Hilfe zu schenken. Herr Pötzel hat das Publikum glauben machen wollen, daß ich nach Wien gekommen bin, um die Brücken zu verstopfen und den Verkehr zu hindern, während ich Beobachtungen sammle und aufzeichne. Lassen Sie sich aber nicht von ihm anführen. Meine häufigste Anwesenheit auf den Brücken hat einen ganz unschuldigen Grund. Dort gibt's den nöthigen Raum. Dort kann man einen edlen, langen, deutschen Satz ausdehnen, die Brückengeländer entlang und seinen ganzen Inhalt mit einem Blick übersehen. Auf das eine Ende des Geländers klebe ich das erste Glied eines trennbaren Zeitwortes, und das Schlußglied klebe ich ans andere Ende. Dann breite ich den Leib des Satzes dazwischen aus. Gewöhnlich sind für meine Zwecke die Brücken der Stadt lang genug. Aber wenn ich Pötzels Schriften studieren will, fahre ich hinaus und benutze die herrliche unendliche Eisbrücke. Aber das ist eine Verleumdung! Pötzel schreibt das schönste Deutsch! Vielleicht nicht so biegsam wie das meinige, aber in manchen Kleinigkeiten viel besser. Entschuldigen Sie, diese Schmeicheleien! Die sind wohlverdient! Nun bringe ich meine Rede um! Nein, ich wollte sagen, ich bringe Sie zum Schluß! Ich bin ein Fremder! Aber hier, unter Ihnen, da habe ich es ganz vergessen! Und so, wieder und noch wieder, biete ich Ihnen meinen herzlichsten Dank! Ich bin ein Fremder! Ich bin ein Fremder!